Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play! Lufia 2, Wrath of the Sinistrales. Ah, okay, Moment, Moment, ich hab ne Idee, was wir machen müssen. Ich könnt mir auch das Schild da durchlesen, aber nö. Nice! Gut, ja, wir waren hier in diesem Rache-Tempel stehen geblieben. Wie hilft nicht den denn? Komm mal, hier irgendwie durch? Ne, ne? Ne. Ähm. Vielleicht, indem ich alle Gegner besiege, ich denke mal, das könnte funktionieren. Wir gucken einfach mal. Ähm. Ja, es wird hier wieder eine kleine Aufnahme-Session sein. Ich werd wieder ein paar Folgen am Stück aufnehmen. Alter, machen wir hier scheiß wenig Damage. Mann, was ist das denn? Äh, ich mach mal hier ein, äh, ne? Ne, ne? Ne, satanbiss, genau. Wasserfontäne. Stärker. Vailer. So, machen wir es mal so. Ich guck mal, ob das, ich hoffe mal, dass das funktioniert. Vailer, auf jeden Fall wieder alle vollgeheilt. Vailer, satanbiss. Okay, macht nicht so viel Damage. Aber Wasserfontäne hat schön Damage gemacht. Ai, ai, ai. Kommt schon. Beben. Oh, Beben ist schön. Doki kann nicht angreifen. Machen wir nochmal eine Wasserfontäne. Machen wir mal einen Sturzbach. Und, oh, warte mal, es greift alle an. Machen wir mal einen Schädelheb. Machen wir mal noch einen normalen Angriff mit Artie. Oh, Mann. Schädelheb. Ja, ist schönes Damage, auf jeden Fall. Schön besiegt. Ai, ai, ai. Die machen aber auch Schaden, ey. Schnell noch die Vampire oder den Nosferatu besiegen. Na, 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 na. Der dürfte auch gleich besiegt sein. Zweimal Verstärkung, dein Ernst? Ein Vampir ist gleich besiegt. Oh, Mann. Das ist viel zu einfach. Oh, yeah. Spiegel ist nur gegen, äh, Dings, ne? Gegen, 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 gegen Zauber, glaube ich. Wie kriege ich den da hinten? Hoch. Moment Ähm, das muss doch irgendwie funktionieren, oder nicht? Ich meine, wofür ist der hier denn? Ich meine, das können wir eh nicht machen Das bringt auch nichts, ne? Nee Können wir den irgendwie runterschieben oder so? Gegenhauen bringt auch nichts Ich meine Irgendwas müssen wir mit dem hier, glaube ich, machen, oder? Vielleicht eine Bombe Auch nicht Vielleicht müssen wir da gleich irgendwie von oben raufwallen oder so Das könnte auch möglich sein Ich meine, ranziehen können wir uns an den nicht Ja, an sich schon, aber es bringt Dann ist es, dass der so an sich da ist Deswegen Oh Mann, schon wieder diese Unholde Mhm, Chaosbombe Ninja auf den Normaler Angriff Nein Machen wir mal eine Frostfee Und hier machen wir mal einen Phönix Mal sehen, wie das macht Das ist gutes Damage Und auch gutes Damage Besiegt, schöne Sache Oh Gott Hat mir das Feuer erlischt Was ist doch das Schild? Die Flamme erlischt Ja gut Jetzt sind wir hier Okay Ich wusste doch, dass wir da irgendwie Halt hin teleportiert werden Aber was Ich guck nochmal kurz hier weiter Vielleicht ist hier ja Die Rätselslösung Doch nicht schon wieder diese Oh Mann Chaosbombe Macht genug Damage Auf jeden Fall Äh, dann machen wir nochmal Was machen wir denn jetzt mal Machen wir nochmal einen Phönix Der hat ganz gut Damage gedrückt Und wir machen einmal Mann, einen Drachen Vielleicht macht Drache ja noch mehr Damage Als Frostfee Drache war okay Phönix ist auch auf jeden Fall in Ordnung Chaosbombe hat genug Damage gedrückt Oh Mann, ey Oh Mann, ey Besiegt Ist er gleich hoffentlich Komm schon Danke Ich hasse diese Samurais Ne, nicht Samurai Schießte Pfeile Hä, waren wir hier schon? Wir sind doch den anderen Weg gegangen, oder? Moment Moment Hä? Ah ne, wir sind hier lang Oh ja Hm Hä Hä Ja Ach ja Hä, warum Warum gibt's eigentlich hier den? Warum müssen wir Was ist hier eigentlich? Können wir eigentlich irgendwie Das bringt nichts Können wir das irgendwie anders machen? Warum sind wir nochmal hier? Was bringt das, wenn wir den besiegen? Bringt das irgendwas? Sensen, Mann Oh Mann Ähm, machen wir mal eine Chaosbombe Normalen Angriff Und machen wir mal einen Samurai Schönes Damage Auf jeden Fall Das ist schönes Damage gewesen Eine Chaosbombe Ist auch auf jeden Fall gutes Damage Jaja Kann ich mich nicht beschweren Bei Okay Aber geil Macht einfach mal so Null Damage irgendwie an den Viech Aber gut Aber gut Oh Gott Fersenschlag Oh, schön Okay, dann dürften die eigentlich jetzt Normal besiegt sein Wenn wir Normal angreifen Oder? Ja, der ist weg Ich weiß nicht, was mit dem ist Oh Gott, Seeland Oh Seeland lebt noch Jajajajaj Hat das irgendwas gebracht? Nee, ne? Warum müssen wir hier hin? Ist hier irgendwie ein Geheimweg oder so noch? Warum führt der Weg hier hin? Warum gibt es diesen Weg hier hin? Gibt es hier irgendwie Hä? Hä? Hm, okay Aber ich will immer noch wissen Wie wir da hinten hinkommen Vielleicht müssen wir nochmal wirklich Vielleicht müssen wir wirklich Alle Gegner besiegen Ha, ich weiß es nicht Dann besiegen wir einfach mal Alle Gegner Oh Mann Das wird Anstrengend Zack Papierkost Vier Mana Oh mein Gott 29 Mana Alter 90 Leben Dein Ernst? So, die sind jetzt aber Komm, die sind einfach Einfach, einfach Ja, okay Die Samurai Es werden jetzt wieder nervig Oh Mann Wir haben auch keine ZP von Doki Haben eine Wasserfontäne Okay Wir haben den Sturzbach Und wir haben nichts Das heißt, wir setzen hier mal Machen wir mal einen Donner Vielleicht bringt Donner Noch mehr Aber Donner ist auf jeden Fall schönes Damage Ach, dein Ernst? Warum hast du den Stärke eingesetzt? Och Mann Komm, besieg Ist das dein Ernst? Ach, hör doch auf Stärke einzusetzen Was ist denn mit dir? Danke Sehe dann auch voll Voll am Arsch Ähm Vielleicht gab es Da hinten nochmal irgendwo Ein Geheimweg oder so Hier vielleicht Ich hätte es hier Hier gedacht, weil Wie ihr seht Da geht es noch ein bisschen weiter runter So von den Platten her Irgendwas muss hier sein, ne? Irgendwas muss man da ja machen können Irgendwie muss man da ja hinkommen können Und das Ganze noch einmal Machen wir nochmal Wir machen jetzt einfach die ganze Zeit Ja, Phoenix ist gut Du machst mal ein Samurai Ja, Samurai war jetzt nicht so Das Dolle Heilige Kacke Hoi Äh, machen wir nochmal Ja, komm, wir machen einfach Komm, wir nehmen Phoenix Wir nehmen Phoenix Alter Wir haben einfach mal Doki gezerlegt Einfach mal so Hör auf, Stärke einzusetzen Was ist denn mit dir? Ne Das wird Ein anstrengender Kampf Gegen diese Viecher Die sind aber auch Nervig, ne? Komm, der ist jetzt Kann der jetzt mal besiegt sein? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Oh Gott Oh Mann Was ist denn mit euch los, ey? Diese Viecher sind auf jeden Fall Ziemlich anstrengend Ziemlich, ziemlich anstrengend Danke Hat sich da was erhoben? Nein, wir haben hier unten noch einen Gegner Stimmt Nicht dein Ernst, du hast dich umgedreht Und vorspulen Ja, ich spule das vor Das ist mir viel zu Nervig Doch, auf Besiegen Er setzt mal einen Wähler ein Vorsicht zahlbar, ne? Ich mein Wir wollen ja auf Nummer sicher gehen Ach komm, dann besiegen wir jetzt erstmal den hier hinten Der dürfte mal auch Den beiden weg sein, genau Flederstein Haben wir einen Flederstein bekommen? Ja Seeland Würde der ein bisschen was bringen an sich, oder? Archie die Bewegung noch mehr erhöhen Oh Ist ja schön Seeland Ah, ein bisschen weniger Ja, komm Kriegt sie trotzdem So, hier muss doch jetzt irgendwo was sein, oder nicht? Irgendwie müssen wir ja Hinkommen Ist hier Nichts? Hat sich das vielleicht so schon erhoben jetzt? Nein Moment Vielleicht ja auch Ich geh mal kurz von Hier hinten nochmal rein Ich geh jetzt hier hin Ne, warte mal Shit Shit, okay Okay, ich will da nicht mehr hin Mhmm Und wie komm ich denn da oben hin? Feuer Vielleicht abfackeln? Das bringt ja auch nichts Ne Schieß Schieß Ja, schießpfeil Ja, macht Sinn, ne? Aber wie komm ich denn da hin? Ich will da hin Kann ich den wirklich nicht irgendwie runterschieben, oder so? Was bringt mir denn der hier? Also, der hier Ich mein Von hier ranziehen, oder so bringt der nichts Und ich kann mich auch sonst nirgends daran ziehen Warum ist der denn da? Warum gibt es den denn? Feuerpfeil Das bringt ja auch nichts Normaler, weil Man sieht leider von hier hinten ja auch nicht, ob der Da ist, oder nicht Wir gehen doch nochmal von hier so irgendwo Hingehen, oder so Oder von da hinten Vielleicht von hier hinten irgendwie Könnte ja auch sein Aber nein, auch nicht Hier vielleicht irgendwie Vielleicht da unten Vielleicht von hier unten Auch nicht Das muss doch irgendwie Irgendwie aktivierbar sein Oder wie komm ich denn da ran, Mann? Ich will doch nur Hin Hier komm ich ja auch nicht durch, ne? Ne, hier ist auch nichts Ähm Ich hab keine Ahnung, Leute Ich hab keine Ahnung Ich hab echt Einfach mal So keine Ahnung Moment Vielleicht irgendwie Die ausmachen, oder so Ne, das macht keinen Sinn Auch nicht Auch nicht Hammer ist die letzte Möglichkeit Auch nicht Ähm Ich meine, Wand aufsprengen macht ja auch keinen Sinn Ich weiß es nicht, Leute Ich hab echt null Ahnung, was ich hier machen muss Null Von hier Auch nicht Gut, ähm Dann würde ich sagen Ich will gegen Och, jetzt muss ich auch noch gegen ihn kämpfen Ah Ah Ja, setz ruhig stärker Endlich hab ich noch nicht angegriffen Stirb Danke Äh Zack Zack Und Außer Außer Seeland Seeland braucht kein Valor Ich hasse diese Viecher Sonst war meine Idee halt noch Oh, da gibt's vielleicht von hier aus den Weg Weil sie sind ja so gesehen noch auf der gleichen Ebene Nein Okay Hier vielleicht Nein Und Nein Hm Dann hab ich echt keine Ahnung Vielleicht von hier noch so Ich hab jetzt auch schon wieder viel zu lange nur an diesem Kack rumgewürstelt Aber gut Dann würde ich sagen Gehen wir zurück Und Gehen nochmal in den anderen Bist du echt in mich reingeportet? Okay Gut Ich wollte jetzt nicht gegen diese Viecher kämpfen Ich wäre mir zu doof gewesen Was ist, wenn ich hier runterfall? Wo komme ich dann hin? In einen Monsterraum Toll Das freut mich Weg Okay Ach ja Gut Okay Das Ähm Ja Ich glaub das hatte ich im letzten Bad sogar angesprochen Dass ich da hinkomme, oder? Naja So 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 Danke Tür öffnen Drache Hm Sweet Sweet Ein Bausparvertrag Hm Hm Na 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 Dum 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 Also für Damage macht er nicht Giftrute, dein Ernst? Du hast Guy vergiftet Ist das denn dein Ernst? Wie kannst du es wagen? Du scheiß Drache Und besiegt Gegen dich will ich nicht kämpfen, danke Oh, gegen den T-Rex will ich aber kämpfen Die T-Rexe sind immer sweet Oh man Ich bin froh Ich bin so froh, dass es hier einfach mal Vorspultasten gibt Oder eine Vorspultaste gibt Ich weiß nicht So ne Halt Kämpfe gegen diese Mega Viecher Die mega viel Leben haben und so Ist halt Weiß ich nicht Ich find das Oh lol Zeeland hat kein Lol Aber die Oh lol Die haben alle hier kaum noch Dings Also Arty und Zeeland Haben beide keine 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 Och Keine Mana mehr Nicht wirklich Das ist ein wenig Oh ne Problematisch Oh ich weiß welcher Dungeon das ist Oh wie cool Ähm Ich würde sagen Achja Ich glaub das war Hier die blauen hin Jetzt auf rot schalten Die roten dorthin Zack Und wir haben einen Schlüssel bekommen Jut 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 Danke Dass du dich da Weggeportet hast Ähm Ja hoch Da kommen wir nicht durch Hier ist ein Drache Da ist eine Schlüsseltür Okay Gehen wir aber erstmal zu dem T-Rex Der sich natürlich noch umdreht Zwei T-Rexe sogar Haben wir grad mit Zeeland gekrittet Aber richtig schön gekrittet Ich glaub schon Oh nochmal Hm Zeeland was ist denn los mit dir Vielleicht je weniger Mana hast du Desto Mehr Krittest du Wär ganz geil Wär ein cooles Feature Nein ich will nicht Ich will nicht Ich will nicht Oh ja Doch dein Ernst Ich hätte es sehen müssen Dass er sich da portet